Ein Handballabend vom Allerfeinsten. Vier Teams aus den Top 5, zwei Topspiele der DKB-Handball-Bundesliga im Free-TV. Den Anfang machen der THW Kiel und der SC Magdeburg. Kiel nach dem Sieg gegen den Tabellenführer nun punktgleich auf Platz 2, der SCM nach zwei Siegen in Folge mit Aufwind. Beide sind heiß auf die Punkte. Weiter geht's danach mit der Partie SG Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Der Dritte gegen den Ersten. Hier ist Spannung vorprogrammiert. Kiel gegen Magdeburg und Flensburg gegen die Löwen. Zwei Handball-Leckerbissen in der DKB-Handball-Bundesliga. Heute ab 18.55 Uhr live auf sport.eins. Untertitelung des ZDF für funk, 2017